Verstanden. Alles klar. Bin bereit. Hey, ich glaube, es geht los. Was geht's? So, ab zu Hause. Du spinnst doch wohl leicht, oder? Ja. So, Anlegestelle bitte. Was war denn jetzt eine Anlegestelle? Ja. Wird erledigt. So, Schissbrand. Dringend. Alles klar. Auch dringend. Bin bereit. Kein Problem. Wirklich dringend. Ja. Verstanden. Was gibt's? Kein Problem. Ja. Sofort. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Kein Problem. Dein Arm. Ich bin bereit. Jawohl. Erwarte Befehle. Ja. Jawohl. Aus. Wir sind in Ordnung. Ja. In Ordnung. Kein Problem. Bin bereit. So, dich brauche ich aber jetzt woanders. Wird erledigt. Bin bereit. Ich brauche dich jetzt an meinem Anliegesteg. Ja? Was ist er denn? Kein Problem. Äh. Was geht's? Okay. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. zu Befehl. Hey. Höre. Sofort. So. Ähm. Verkehrsunfall. Du? Ja. Alles klar. Bist benötigt. Was geht's? Wird gemacht. Ja. Okay. Bin dabei. Hier jetzt aus. Ich mittlerweile ein RTW wieder. Ja, danke. Kein Problem. Aber wie gesagt, es hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir, ähm... Ja? Äh. Wo ist der Notarzt? Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ganz großes... Ganz großes... Was geht? Ganz großes, die... Ja. Wird erledigt. So ein Mist. Was geht's? Äh. Bin dabei. Ich muss sich leider jetzt gerade um beide kümmern. So eine Scheiße. Hm. Hm. Was geht? Wird gemacht. Verstanden. Was geht's? In Ordnung. Unglaublich. Solltest du den aber schon lange aufgenommen haben? So. Du kannst jetzt ab nach Hause. Okay. Der ohne Auto losgefahren. Notruf. Person ist schwer erkrankt und muss versorgt werden. Stellen Sie Ihren Zustand fest und versorgen Sie sie. Kein Problem. Wenn nötig, transportieren Sie sie ab. Ja. Bin bereit. So, Schiffswahl. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Jawohl. Jawohl. mhm erst höre alles klar beiden erte da hinten und der notarzt wird erledigt bisschen verliebt gerade bis in die übersicht wo es eigentlich mal völlig gut erwarte befehle bin dabei aber zu befehlen verstanden du kannst jetzt dann wieder verstand höre verstanden medizinischer notfall 8 püppi ist schon wieder da haben die da nur dass sie sich die ganze zeit anstecken und du kannst bereit auch wieder nach verstand endlich noch willst du auch wieder nach hause fahren bin bereit bin bereit was geht's da ist das der bitte sofort medizinischer notfall was geht's jawohl kein problem also auch mit der schweinegrippe irgendwie habe ich das gefühl hamburg ist komplett von schweinegrippe patienten belagert da ist halt nur so ein gefühl ganz schön viel aber hey es macht definitiv spaß sind 1000 820 30.500 31.500 brauchen wir minimum das heißt wir haben noch eine menge spaß der rettungstransportwagen bringt das opfer zur krankenstation in der basis notruf gebäude brand ursache unbekannt es befinden sich noch personen im brennenden gebäude retten sie sie löschen sie alle brände wenn nötig versorgen sie alle opfer der brände und transportieren sie beschädigte fahrzeuge ab in ordnung in ordnung brauchen wir auch sicherheit sofort g-leiter ok und rtw schicken wir sicherheitshalber auch ok der rettungstransportwagen bringt das opfer zur krankenstation in der basis achtung bei einem brandausbruch wurden personen im gebäude eingesperrt rüsten sie einen feuerwehrmann mit einer axt aus und holen sie die opfer da raus machen wir ja erwarte befehle kein problem als zu hause ist es ja am schönsten alles klar ein arbeiter wurde beim verladen von container im hafen verletzt versorgen sie die verletzte person und transportieren sie sie ab wartet hier echte arbeit kein problem wird erledigt in ordnung ja ist in arbeit scheiße auch ein wüstwagen das wird gemacht scheiße scheiße und scheiß wüstwagen bitte 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 ganz schnell ja und Mist so bin bereit kein problem und er könnte jetzt auch wieder nach hause weil der band ist gelöscht jawohl nun scheiß ey ja verstanden wird erledigt was geht's in ordnung scheiß du bist ah ja beim verladen von containern an affen ja weiß was du hier wirklich gemacht hast der weile der frist scheiße da habe ich ja richtig bock mit den richtigen bock geschossen was geht es wird erledigt in ordnung zu befehlen das geht er startet ein bisschen länger in einem gebäude hat sich eine gas explosion ereignet löschen sie alle brände auch wenn du kümmern sie sich um alle folgeschäden kommt kommt meine fresse hallo bin dabei gemacht aber alles klar der rettungstransportwagen bringt das aufbau zur krankenstation in der basis bin bereit zu befehl was geht es in arbeit ich bin dabei löscht bitte das was geht es ihr braucht keine unterstützung aber ihr bleibt hier ja jawohl so also doch verstanden das geht kein problem das ist ich brauche noch ein rtw hier in ordnung und das drehleiter brauchen wir auch eine scheiße jawohl eine person ist zusammengebrochen sie muss versorgt und abtransportiert werden ja in ordnung jawohl miss 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 das ist ach da brinnt er auch schon ja alles ja das ist eine schlimme scheiße wo ist die person die wir retten müssen ja